Hey Freunde, Fix hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite-Video. Heute gibt es ein besonderes Video, denn ich habe am Wochenende im 20.000 Euro Fortnite Cup von Amar mitgespielt. 100 andere Content Creator waren auch dabei. Wir haben 7 Runden gespielt und ich habe euch alle Runden hier zusammengefasst, denn wir sind 2. Platz geworden. Wie wir das geschafft haben, seht ihr in dem Video. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir unbedingt einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit der XXL-Folge. Fix ist am Schwitzen in Fortnite. Let's go. Zeigen wir euch mal direkt, wen wir hier geheilatet haben. Leute, wo wir sagen, die werden entweder total lost sein oder die werden komplett rasieren. Ihr könnt selber entscheiden, was mit diesem Duo passieren wird. Gehen wir direkt rüber zum nächsten Duo. Was? Hier? Was ist denn das Bild? Digga, das Bild ist von 2008, Digga. Digga, da war ich im Urlaub. Alter, sieht stabil aus der Farbe, ne? Uiuiui. Fix natürlich auch aus dem Fortnite-Bereich. Immer bekannt gewesen. Wir haben Early Drop. Direkt raus und straight runter. Es geht los. Ich dachte, wir haben eine Minute. Nee, es geht los. Let's go. Okay, let's go. Gehst du straight nach unten einfach? Ja, straight runter. Kiste ist oben und Waffen sind auch oben. Sniper. Bei uns landen welche? Ich lande auf der Pump. Ich lande auf der Pump. Ja, oben bei dir landet wer? Ja? Die sind ab, die sind weg. Unter uns ist eine direkt. Ich hab nichts. Push den. Ja. Cracked, cracked. Hinter der Box. Down. Nimm seine Pump. Nimm seine Pump. Boah, die war vor mir. Ich dodge, ich dodge. Ich gehe runter. Super. Du bist oben, Micky. Oh, nee. Ja, das könnte krachen. Die haben die Waffe, Micky. Die gehen zu zweit auf mich. Haben die beide Waffe? Ja. Ja. Oh, oh, oh. Nice. Hop, hop, hop. Lass da lang gehen, du weißt wo. Äh, ja. Steps unten. Okay, lass zusammen hier durch. Ja, ja, ja. Ich splash uns. Ja, ja. Mach auf. Vigi. Komm, wir gehen hier rein. Komm. Okay, nice. Ich hab ne Sniper für dich. Hier. Ich glaub, Moni auch. Ja, nice. Lass mal kurz hier rüber gucken. Ich glaub, da hinten, wo wir jetzt hingehen, sind welche. Wir brauchen Schwerter halt, ne? Ja, das stimmt. Reboot bei uns. Oh, wir haben gerebooted. Sollen wir da hin? Ja, lass machen. Wenn wir die jetzt nochmal killen, zählt das dann als zwei Kills. Ja. Cracked. 100. Ja. Down. Nice. Ich geh auf Finish. Nice, let's go. Dann ist der Mate aber auch noch da, oder? Ich glaub, das war der, das war sein... Ne, der slide, da, der slide, da. Ja. Hast du gesehen? Ja. Können wir den Marmor klotzen? Ja, wir pushen den, oder? Ja, safe. Oder nicht? Ich weiß nicht. Ja, doch, doch, safe, safe, safe. Ich push? Ja, ich push von der anderen Seite. Der ist hier nicht mehr. Ich hab push geschossen. Der ist runtergerannt, oder? Ja, der muss nach hinten. Der ist safe hier im Wasser dann, oder? Ich schau gar nicht. Wahrscheinlich. Ich denke, der chillt in der Burg. Könnte ich mir gut vorstellen. Lass mal noch hier unten looten. Wir brauchen halt wirklich Schwert. Wir müssen Kisten öffnen. Ja. Ja, lass mal zur Burg gehen. Dann scheiß drauf. Der versteckt sich 100% in der Burg oder so. Hast du Healing dabei jetzt? Ja, ich hab sechs von diesen South-Dingern. Könnte sein, dass die halt wieder rebooten, aber ist egal. Ja, mehr nicht. Das schaut ungelootet aus auf jeden Fall. Ich hab Bluthund, aber ich hab keine... Wollen wir rüber? Ja. Ja, lass das Dorf mal machen. Ich hab ein Schwert. Geil. Boah, soll wir den holen? Kann da auch ein Schwert sein? Da oben auf dem Berg. Headshot-Snipe. 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 Komm. Wir pushen, wir pushen. Ach so, ja, ich kann halt nicht, ne? Ja, okay. Oh, der hat... Ich hab auch... Der hat Angst. Ich hab Damage kassiert. Er hat auch geschnipet, glaube ich. Hab ihn gerettet? Cracked. Cracked. Ich komm nicht hinterher. Ja, alles gut, alles gut. Lauf her, lauf her. Bin auf dem Weg. Ich find ich sein Mate. Wieder cracked? Ah, fuck, er ist weitergerannt. Du hast ein Schwert, richtig big. Ja, ja. Der, aber sein Mate hat eins. Ja, okay, er ist weg. Ja, egal, scheiß da erstmal drauf, oder? Ja, scheiß drauf. Komm mal zurück, komm mal zurück. Warte, ich schau noch kurz. Vielleicht kriegen wir den auch noch. Ja, ich hab die Gun jetzt liegen lassen. Kannst du hoch? Sein Mate hatte Überstuff. Warte mal ganz kurz. Hier, bei mir, bei mir, bei mir. Komm zu mir hoch. Bin auf dem Weg. Der ist hinter dem Stein hier. Sniped. Der ist absolut one shot. Down. Let's go. Let's fucking go, baby. Junge, wie wichtig. Schaust du ein bisschen hinter uns? Hinter uns? Ja, da in die Richtung, wo Slama ist, in Schüssel. Warte, vielleicht kann ich einen snipen. Ich hab auch Aim drauf. Ein bisschen, mir ist ein Baum vor, in der Nase. Soll ich snipen, oder nicht? Nee, warte mal kurz. Ich geh nur, wenn ich 100% jemand treffe. Ja, ja, genau. Schau, du bist hinter uns. Der nimmt aber was zum Haus. Hab ihn headshotted. Komm, wir pushen, wir pushen. Boah, nur ein bisschen. Ja, 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 ein bisschen. Ich brauch den nicht. Nimm einfach alles. Nein, ich wurde gesniped, dicker. Du musst immer die Tür zumachen. Warte das Fenster einfach. Pushen, ich los, los, los. Oh mein Gott, das war so strong. Der geht hinten raus. Oben, oben, oben. Er ist oben, ja. Ja, er ist ganz oben. Er ist ganz oben. Komm, wir pushen einfach. Hä, wo ist er? What the fuck? Auf dem Dach, oder? Warte mal, bleib mal stehen. Ja, lass hoch aufs Dach, oder? Ja, komm. Ja, da. Hits. Nice, let's go, baby. Lass ohne, lass ohne, lass ohne. Ja. Das Ding ist ja, er hat mich durchs Fenster gekillt, nicht durch die Tür, ne? Aber es sind wieder die gleich, die uns jetzt schon dreimal gekillt haben, Micky. Babo und Fix, die sind zusammen. Der hieß doch anders. Naja. Pass auf, hier. Lass chillen, lass chillen, lass chillen. Lass wieder zurück zu dem Busch. Oder ist der in Zone? Aber der ist nicht mehr in Zone. Wir brauchen einen neuen Busch in der Zone. Ja, hier vorne sind bestimmt welche. Da vorne chillt jemand im Busch? Warte, ich seh den. Da war grad voll der Bug. Ich seh den nicht. Hittet? Inbusch. Der ist rausgegangen? Ja, links hier jemand. Da vorne, Vorsicht. Oh ja, der einer hat sich weg, rechts. Ja. Komm wieder zurück, hoch. Ja. Die wurden abgeschossen? Links von uns sind auch welche. Scheiß Posi, glaube ich. Ich hab einen Knock. Ja, ja. Ich geh nur auf Finish und dann ziehen wir durch. Let's go. Hami war das. Let's go, baby. Wichtig. Hast du einen Knock? Ja, hab ihn da und raus. Hab ihn raus. Da oben fliegt jemand? Warte, chill. Chill, chill. Schieß nicht mehr. Ich bin so am... Der landet da. Der landet hier. Hier. Vor uns. Ja. Chill, Craig. Lass ihn holen. Ja, okay. Der slow. Hinter uns auch Schüsse. Siehst du ihn? Hier hinterm Berg. Hier hinterm Berg. Ja, okay. Dann pushen wir den. Komm. Cracked. Down, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Okay, wir chillen, wir chillen, wir chillen, hier oben, hier oben. Ich weiß nicht, ob im Busch jemand chillt, ist das Problem. Irgendwo Schüsse, aber ich weiß nicht von wo. Ich scanne mal den Busch hier vorne. Wir gehen in den Busch. Hier links neben uns. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Wir müssen auf Placement spielen jetzt. Wir chillen hier einfach, wir chillen hier einfach. Vielleicht zähl ich einen, dann zweif ich ihn. Wir schießen hier auch rein. Saukacke, glaube ich, irgendwie alles. Ja, lass chillen noch. Ich hab ihn gated. Aber auch jede G-crack? Schießen wir zurück einfach. Die sind weg in der Schipp. Ja, nice. Einer ist hier down. Lass chillen, lass chillen, lass chillen. Ja, ja. Ich check mal den Busch vorne. Ey, wir können in den Busch vorne, komm, 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 komm. Hier ist nichts. Ja, aber die wissen, dass wir hier sind. Ja, ist egal. Hast du Schildblase? Nee, ne? Ja, das ist, glaube ich, Kacke hier, oder? Ich hab keine Schildblase, nee. Warte, ich snipe den aus dem Fenster, wenn der nochmal... Hit. Hast du Schildcrack? Ich mach's das Dach auf. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, lass chillen. Lass pushen, Schildcrack. Ja, okay. Down. Lass kurz in Zone. Ja, ich muss healen. Lass zurück in den Busch, komm. Big, 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 big. Die anderen sind noch im Haus drüben. Ich mach denen ihr Haus kaputt. Links. Headshot, snipe, down. Let's go. Ich mach das Haus vorne kaputt mit der Heavy-Snipe. Okay. Im Dach vielleicht? Nee. Okay. Lass dich chillen, lass dich chillen. Lass dich chillen, lass dich chillen. Lass dich chillen, ja, ja. Soll ich dich heal einmal? Ja. Oh, fuck. Vom Haus, vom Haus. Ja. Schildcrack im Haus. Nochmal, White. Ich mach die Heavy-Snipe wieder die Wand. Die anderen sind oben beim Eis. Ja. Ich hab die Wand weggemacht. Ja. Schildcrack nochmal. Nice. Ich mach die andere Wand auch weg. Oben auf dem Dach, oben auf dem Dach, oben auf dem Dach. Links von uns, links von uns. Über uns. Mit Schwert. Egal, lass chillen, lass chillen. Komm, wir gehen hier langsam rüber. Der ist über uns auf dem Baum. Links. Links zwei. Den Hintern, den Hintern. Ja. Knock, nice. Scheiß auf Finish, scheiß auf Finish. Über uns, über uns, über uns, ne? Ja. Lass dich chillen, lass dich chillen. Vorsicht. Ja, über uns. Hier ist Big. Oh, Schüsse von oben. Da oben, da oben, da oben. Snipe, dead. Cracked. Let's go, baby. Rechts noch, rechts noch. Man bleibt da, ich höre dich. Ja, wir chillen, wir chillen, wir chillen. Rechts war auch noch was. Rechts hinter der Kante hier. Vorsicht, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Oh, nein, das war scheiße, das war scheiße, das war scheiße. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Fuck, egal. Platz vier, baby, let's go. Junge, vierter? Wir sind Maschinen, Alter. Let's fucking go. Das war richtig big, das war richtig, richtig big. Ich spiele so eklig. Hä? Alisa? Oh? Sie ist live, sie macht einfach Kills. Flicks, raus mit dir. Ja, top, hä? Das ist, das ist ein 1v1v2, glaube ich. Ich habe neun Kills, wie viele Kills hast du? Fünf. Fünf, wir haben 14 Kills. Haben wir 14 Kills gemacht? Ja. Junge, was? Wir sind Maschinen, Alter. Wow, zweiter. Zweiter? Ja. Let's go. Auf Erzplatz Henki und Splash. Zweiter Death-Arbo mit Fix. Was machst, kriegst du minus 40 Punkte von mir. Bist du da? Ja, bin da. Warst du auf Klo? Ja. Gut. Warst du? Ja. Wir landen wieder da. Boah, ich habe ein bisschen Angst. Ist wieder ein Early-Drop. Ist wieder ein Early. Ach du Scheiße. Aber ist egal. Sieht aber clean aus gerade. Ich habe einen perfekten Drop. Da ist eine Pump. Pump, nimm die. Double Pump oben. Ich nehme die andere. Ja. Hier ist keine gelandet. Nice, let's go. Wir haben sie vertrieben. Da ist jemand, da ist jemand. Wo? Hier vorne. Ich werde abgeschossen. Warte, hier los. Habe ich ein bisschen Damage gedrückt. Hört sich auf einen? Hier hinter, hier hinter, hier hinter. Komm her, komm her. Hab die Wand kaputt gemacht. Sheep Crack. Low. Lock, lock, lock. 63er dran. Komm, wir gehen rein. Hier der andere. Links, ja. 10er. Slow, slow, slow. Ja, alles gut. Sheep Bluff, lass reinpushen. Ja. Let's go. Das war jetzt Mickys Freundin. Einfach. Echt? Davor Mickys ist ein Freund. Mickys ist im Bruch. Da unten in der Stadt sind welche. Ja. Ja, lassen wir uns zusammen hier rein. Wo sind die? Die kommen hoch, die kommen hoch. Vorsicht. Sniped. Der ist, der ist close, der ist close. Der ist unten drin. Direkt. Aufpassen wegen der Stone, ne? Ja, ja. Ja, ja. Komm, schnell. Lass nur in die Burg einfach rein und da. Nein. For real? Ja, ja. Warum? Warum? Ich helf dir. Ich helf dir. Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. Er verwirkt mich. Doch, doch. Da oben ist einer. Geh, geh, schild. Wo bist du? Geh, geh, schild. Verfiss dich. Was denn? Lauf! War das Honeypoo, die wir gerade gekillt haben? Ich weiß nicht. War das? Ja, dann ist Nova hier made. Was soll ich versuchen, die zu pushen? Ich weiß nicht. Unsere Chibulotung. Ich komme halt gar nicht hinterher gerade, ne? Ich habe nur gedacht, die chillt noch hier ab. Lass mal hinten weggehen. Da, 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 da. Wo? Ja, ich push, ich push, ich push. Ja, ja, jetzt gehe ich, ich lauf auch, ich lauf. Hab sie. Hab Schert für dich. Hier. Let's go. Let's go, baby. Wichtig. Sorry, girls. Das tut mir echt leid. Isa wird mich nächstes Mal so trash talken. Tut mir aber wirklich leid. Hier, hier, hier. Die hauen ab, ne? Ja, ja, hier. Lass machen, komm. Wir gehen den Boss holen. Ne, 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 lass die killen. Ja? Ja, ich gehe hoch. Hier, hier, hier. Ja. Cheat cracked? Cracked. Einer low, einer low vorne, hinten. Beide low, beide low. Ich mache den Baum kaputt. Down. Let's go. Oh, wichtig. Über uns, über uns. Über uns. Schwert. Komm mit Schwert auf die andere Seite. Ich kann nicht splashen, wenn du willst. Ich hiel mich. Ja, mach einmal. Erwitt gewinnt. Schau mal kurz hoch. Erwitt gewinnt. Oder Schildblase könnten wir rein tun. Ne, ich sehe die nicht mehr. Die sind abgehauen, glaube ich. Wollen wir gehen? Für den Loot, oder was? Ja. Ja, lass langsam aber. Ja. So, zeig mal her. Direkt ready. Die machen alle ganz entspannt. Guck mal, da sieht man aber auch den Ohr. Unterschied. Fix und Farbe, ne? Also ich merke, aber das sind Gamer. Das sind richtige Gamer. Die wollen unbedingt hier gewinnen. Guck dir seinen Gesichtsausdruck an. Also merkt auch, die spielen wahrscheinlich nie Fortnite, aber gleich so mit diesem Katana in die Höhe. Ja, ja. Schauen, wo Gegner sind. Weißt du, die passen nicht gleich ans Gamer an. Versuchen, Insta besser zu werden. Und Fix ist damals ja auch richtig gut. Also das heißt, richtig gut. Aber war halt einer von den besseren Content Trater, würde ich sagen. Ja, lass machen, komm. Ich sehe nichts. Ne, auch nicht. Okay, nimmst du einen? Ah, ich nimm einen. Chill dir oben. Ne, 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 ich. Du snipst. Okay, okay. Hier unten ist ein Rift, ne? Weiß nicht. Achso, ja. Oh mein Gott, ich sterbe. Ich check's jetzt erst. Oh mein Gott. Schaffst du's rein? Ich weiß nicht. Da unten ist die Blase, da ist Action. Ja. Oh, ich hoffe, du kommst rein. Nimm ich dann direkt Slurp? Ja, du musst direkt Slurp nehmen. Fuck, hoffentlich kommst du rein. Oh mein Gott. Nice. Lass hier in den Busch. Ah, fuck. Ich hab Schiss, dass da jemand ist. Ich land hier, ich land hier, ich muss hier landen. Wo bist du? Okay, trink. Oh mein Gott. Ich check den Busch. Hier ist keiner? Lass den Busch kommen. Digga, das war eher so close, oh my God. Nee, nee, nee. Das war giga close. Schüssst du auf mich? Von deiner Richtung? Auf dich? Ich trinke auch ein Sicherheitshalber scheiß drauf. Da auf dem Haus, die könntest du so easy Headshot snipen, sag ich. Headshot sniped? Wollen wir pushen? Nee, nee, nee. Hinter uns Headshot sniped. Warte. Chill hinter der Kiste. Ich hab ihn. Ich hol dich. Da schwimmt jemand? Ja, das ist der Genockte. Wie, du hast den? Was hast du gemacht? Ich hab den genockt. Ich hab den einfach gefickt, weißt du? Ohne Probleme. Aber sein Mate ist da noch irgendwo, oder? Hab ihn gefinisht. Da unten ist sein Mate. Ja, scheiß drauf. Wir bleiben im Busch. Headshot sniped. Hier hinten. Da oben? Aber, ja, ich weiß nicht, ob ich den Finish bekomme. Nice. Down. Hier vor uns, auf close. Hier in dem Busch, in dem Busch. Nice. Lass chillen, lass chillen. Das Problem ist, wir sind... Wir sind komplett in der Mitte. Überall sind Leute, ne? Ich überleg gerade... Oh mein Gott. Headshot sniped. Ich muss weg. Ja, hau ab, forward, forward. Mein Schwert buggt. Bro, what the fuck? Hanky war das. Chill einfach. Ich spiel auf Placement. Oh mein Gott, das sind so viele Leute. Da hast du jemanden im Busch. Ja, rechts aber auf der Seite auslösend ist komplett scheiß Posi. Da save auch jemand. Nein. Oh, fuck, Mann. Ja, das war Hanky. Ja, scheiße. Hä, war uns der Busch so ass oder was? Ja, ich weiß nicht. Wir waren halt auch mitten in der Mitte. Das ist halt die Scheiße gewesen. Fuck, Mann. Egal, Platz 13. Egal, 13. Ich habe zwei Kills. Ich habe sechs Kills. Acht Kills. Komm, Standings. Let's go. Dritter Platz noch, Alter. Wichtig. Nur drei Punkte. Okay, hä? Dass wir noch Dritter sind, obwohl wir gerade 13. geworden sind? Ja, wichtig. Ja, wichtig, wichtig. Gut. Glaubst du, dass jetzt da wieder Leute landen werden? Weil, weißt du? Ja, könnte sein. Die Leute bleiben schon bei ihren Spots. Müssen halt nur gucken, dass wir besser fliegen. Einer ist weggedreht, ja. Ja, die kommen nicht. Geil. Landen bei der Burg. Hier aber auch, ne? Da, hier, hier. Lass schießen. Komm hoch. Oder hittest du die? Ja. She crack hinter Baum. Hier, low, über low. Ja. Down. Nice. Okay. Cracked. Oh. Da ist ein. Ja, ich finish den anderen. Digga, was ist das für ein Able? Ja, ich finish den anderen. Ich habe keinen Vision wegen Baum. Ich habe, glaube ich, bei mir jemandem schwimmen gehört. Ja. Nice, du bist es, Alter. Boah, das war aber sau scheiße, weil ich die ganze Zeit mein scheiß Schwert geused habe und weil ich nicht geswitcht habe. Hinter uns, hinter uns, zwei. Cracked. Der hintere. Ich habe nichts getroffen. Was machen wir? Vorsicht. Hinter uns nochmal Schüsse. Das weg mit Schwert, oder? Ja. Oh mein Gott, ich bin zu blow. Fuck. Oh nein. Ja, hau ab, hau ab. Zieh einfach durch. Nicht warte auf deine Karte. Ja, ja. Zieh einfach durch. Soll ich deine Karte nicht nehmen? Doch, doch. Aber versteck dich erstmal ein bisschen. Hast du Green Life? Ne, gar nichts. Geh da nach, ja, in die Zone vielleicht einfach. Vielleicht findest du noch Green Life. Sind die da oben noch? Ja, ja, die sind nach oben. Aber die laufen auch mit in die Zone rein. Ich würde lieber an den Strand. Pass auf, die sind close. Zieh durch. Oh mein Gott. Ja, geh auf die Schlüssel. Kann ich dein Schwert nehmen? Das hat Preuses. Ja, dann musst du aber deins erst rausschmeißen. Ach so. Ja, ist egal. Da, Fleisch. Fleisch schmeißen. Du kannst in der Zone überleben. Du musst, lauf am Strand entlang. Schau, dass du Green Life findest. Und reboote mich in der Zone dort. Okay, versuch mal irgendwie. Ich geh jetzt in Zone, oder? Boah, ich komm nicht da rüber. Die sind da oben, die sind da oben. Siehst du den oben? Ja. Lass den Lächern an, komm. Weiß? Wollen wir hoch? Ja, ich muss hoch. Hast du ein Schwert? Ne, leider nicht. Made ist da safe irgendwo. Hier ist jemand close. Ja, schießt doch nicht. Cracked. Hat er Cracked, ja. Dead. Könnte noch einer sein? Ja, noch einer. Links am Haus, links am Haus. Ja. Crack, 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 crack. Im Haus. Ist los, los, los. Nochmal Schüssel, nochmal Schüssel. Ist down. Oh mein Gott, ich volle. Werden wir gepusht? Ich weiß nicht, mich hat jemand abgeschossen. Ich nehme, ich hielt. Ich glaube, wir werden seine Spust. Alles gut. Oh, da unten sind so kleine Quallen. Eigentlich haben wir hier wirklich Best-Spot gerade so ein bisschen. Bist du sicher? Oder wissen wir am Sandwatch? Wir schwitzen da so ein bisschen auf. Da unten ist Looter. Kommt jemand? Ach du Scheiß, ach du Scheiß, mich hat so ein Messerfeld. Was sind denn die denn für den Aim? Oh mein Gott, okay, ich lass los, ich lass los. Entschuldigung. Ich gucke hinter dir. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, oh. Ja. Ja. Die haben einen Gast-Aim, ne? Okay, ich habe gestern angefangen mit Fortnite. Gestern habe ich angefangen mit Fortnite. Das Ding ist so. Big, Alter. Richtig big. Fabo Revive war eine 10 von 10. War das Nova in Isar wieder? Schon wieder? Die haben... Oh, rip. Auf dem anderen Dach bei uns drauf. Anders Haus. Ja. Zwei Leute. 120. Einer Shecrack. Ja, ja. Push, push, push. Sind unten hinten drin. Haben wieder gehealt. Oh, fuck. Du bist Solo. Hast du getetet? Ja. Rennt. 68. Andere Seite kommt der raus. Die sind hoch. Sind die oben? Ich weiß nicht. Ja, hier. Hat Hit. Oh, ich komme nicht rein. Einer Shecrack. In drin. Haben wir einen Down? Nice. Der andere ist oben. Hab ihn noch? Hat er ein Schwert? Ist auf den Trank, ist auf den Trank, ist auf den Trank. Ja. Hier oben, hier oben. Hit. 70 Cracked. Hier in dem Raum. Komm. Low. One Shot, one Shot. Hat mich, hat mich. Nein. Kriegst du, kriegst du von hinten. Nein. Okay, ist auf noch ein Trank. Du kannst rebooten am Strand. Ich bin so scheiße gelaufen. Nimm noch, äh, nimm die Flopper mit. Anstatt die Biggies. Hinter diesen Fische. Da, die, die Fische. Nimm die mit. Nimm die mit. Ja. Und geh zum Strand. In die Zone. Den hier? Hinter dir. Soll ich die reviven? Ja, rebooten, rebooten. Aber er macht 5 Damage. Schaffe ich das? Ja, du hast noch 2 von den Tränken. Das schaffst du. Nimm dein Schwert. Soll ich hier rebooten? Ja, ja, flieg mit deinem Schwert hin. Dann hau dir einen Trank rein. Und reboote. Dann komm am besten schnell oben drauf und dropp mir einen Trank. Mit dem Schwert. Die Zone macht Mies Damage, ne? Ja, aber du kannst noch Flopper essen. Weiß ich komme oben drauf. Ich dropp hier Trank. Ja. Ich esse jetzt ein Flopper. Kannst du mir auch einen Flopper droppen? Äh, ja, hier. Da sind noch Tränke. Ich nehme die mit. Ja, ja. Ich laufe jetzt. Ja, zieh durch. Hier sind überall Schüsse. Ich nehme nochmal Slurp jetzt. Rechts von uns Zweierteam. Aber die sehen uns nicht. Die pushen damit Schüßflasen. Ich habe kein Schwert. Fuck. Siehst du da vorne, was da abgeht? Ja, ja. Hier ist auch jemand. Hier lasst ihn lasern. Hier lasern, bitte, bitte. Bis gerade du. Sniped. Nice, good job. Lass da hinschauen, ob der ein Schwert hat. Rechts, 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 macht kaputt. Wand hier. Revived. Ist weg. Ich hole mir ein Schwert da vorne. Ich hole mir ein Schwert da vorne. Ja. Wir sind hier sau offen. Ja. Lass auf den Baum. Komm auf den Baum. Lass dich chillen. Nein, ich mache kaputt, glaube ich. Doch nicht. Ich trolle. Okay, lass dich chillen. Hab einen Nock. Hab einen abgestoppt. Let's go. Da im Haus sind welche. Ja. Lass auf Placement gehen. Ja, lass auf Placement. Wir sind hier in den Zone, oder? Ganz knapp. Nee, ich glaube nicht. Hier vielleicht, wo ich bin. Aber ich habe Angst, dass uns jemand sieht hier. Links von uns hier ist auch noch jemand. Hier hinten irgendwo. Auf dem anderen Baum ist jemand. Oben auf dem Dach. Oben auf dem Dach. Macht den Baum kaputt, oder? Ja. Hä? Pass auf. Boah, Digga. Nein. Von Fix. Das war gerade Fix. Ah, das wird mir wehtun. Und sie hat sich extra so gut getarnt, Digga. Fischst du das? Ich glaube, ur-pusht gleich jemand. Das ist schön, das ist schön. Ja. Headshot's right, dead. Das ist perfekt gerade. Auf dem Baum ist jemand hier. Down. Nice. Flashdown, flashdown. Hinter dem Stein. Lass chillen, lass chillen noch. Hier, hier, hier. Können wir den Stein da vorne kaputt machen? Auf dem Baum. Lass sie hier, lass sie hier. Auf dem Baum, auf dem Baum. Cracked. Ja, hier unten, hier unten. Unten der snipet. Oh mein Gott, hat mich. Kann ich dich hier holen, glaubst du? Nee, nee, der snipet. Du musst ihn killen. Oder du gehst auf der und bauen. Hab ihn? Nice. Nein. Nein. Fuck, Platz 5. Egal. Fünfter Junge. Let's go. Strong, strong. Farbe, du hast es so gecarried, Mann. Du hast es so gecarried gerade. Ich hab sieben Kills, wie viel hast du? Du bist ein fucking Macher, Bro. Fünf Kills. Du bist ein fucking Macher, du hast es so gecarried. Alter, das war so krank. Du bist ein Macher, Alter. Double Rewive. Wir sind die fucking Macher, Alter. Wir sind ein fucking Macher, Alter. Ich hab da oben jeden abgeschossen. Ja, big einfach, big. Einfach zu big. Oh, Leaderboard, ich bin gespannt. Meinst du, wir haben wieder Zweiter geschafft? Faves, wir müssen Zweiter sein. Let's go. Ja. Nein, Junge. Mit Abstand, 30 Punkte, Alter. Let's fucking go. Wie viel Abstand. Let's fucking go. Ja, checkst du den Abstand? Das sind 20 Punkte. 19 Punkte auf dem ersten. Das ist fast eine Winrunde. 19 Punkte auf dem ersten und fast 30 auf dem zweiten. Fuck, einer ist besser als ich. Ja, einer ist vor uns. Ich würde contesten. Warte, der hat eine Waffe. Ja, lass weg. Lass zu dem Haus rüber. Wohin? Hier. Ja. Ich hab gepinkt. Da ist einer. Da ist auch jemand, da ist jemand. Ich hab ihn. MPSS, Junge. Hab ihn down. Der andere wird safe pushen. Ja. Was du drauf hast. Hey, Digga, was ist das? Was ist das? Wie landet der? Und hat sofort eine Shotgun, Digga. Wie hat das jetzt gerade gelandet? Bist tot? Ja. Ich gar nicht. Ich schneide die Wand weg. Der ist hier in dem Raum. Komm, wir pushen. Warte, ich kann die Wand wegschnipen. Der ist hinten raus, oder? Sicher? Oder nicht? Der ist halt die Tür. Oder geht in den Raum eine Tür. Nee, da ist eine Tür. Der ist vielleicht runtergesprungen. Bin hinterm Haus. Der steppt hier. Hinter mir? Ja. Hier. Down. Let's go! Wichtig. Das war Breitenberg, oder? Breitenberg und Alexis. Nice. Good job. Schön gespielt. Zwei Schlüssel oder mittlere Muni? Ja, ich nehme zwei Schlüssel. Schlüssel, Schlüssel. Reboot. Ich glaube, der Reboot ist hier close, oder? Ja, da vorne. Ich kann... Warte, warte, ich darf snipe. Hit. Lass hin, lass hin. Push, push, pushen. Cracked. Dead. Wemi. Chaum. Mach's gut, ne? Oh nein! Oh mein Gott. Ah, scheiße. Ja, obwohl, ich kann auch sagen, scheiße auf mich. Pushen. Ah, schade, Mann, schade. Ist doch instant finished, Mann. Ach, scheiße. Ja. Okay, komm, lass mal wieder nach rechts, oder? Hier ist der über Shattered rein. Das sind welche von uns? Einer ist, hat ein HP, legit ein. Ja. Wo ist der? Irgendwo. Ich glaube, in dem Haus unter mir. Ja. Der muss einer, der Step hier. Im Haus, im Haus. Push rein. Dead. Wollen wir Schild verschreien? Finished. Schön. Der andere ist auch irgendwo hier. Wer war das? Samantra Official. Hier ist einer von uns. Ja, das ist der andere Mate. Das ist ein Mate. Cracked. Ist er low, low, low. Pushen, pushen. Ich gehe von der anderen Seite rein. Hat gehealt. Ja. Cracked. Low. Bad. Schlüssel. Hier ist Greenlight. Das gehen, das gehen, das gehen. Das gehen. Ich nehme ein Ding mit. Greenlight für uns. Ich lasse einen verschliegen. Lass immer einen Schwerdienst nutzen. Die anderen sind da, die sind da vorne, da oben. Okay. Lass nicht schießen, oder? Auf den unteren vielleicht? Ja, lass machen. Cracked. Ah, ne, nicht down. Ich bin super low. Letzter hin. Nice job. Ich hieb mich. Letzter Schuss. Seine Mate ist auch wild. Der ist close? Ja, der ist close. Der wollte ihn reviven. Ich finish ihn. Ah, ich hieb mich kurz hier. Ja, alles gut. Hier sind auch noch Leute close, ne? Kannst du hoch zu mir kommen? Ja, ja. Komm mal. Ist alles gold bei denen. Ganz komisch. Komm mal, komm mal, komm mal. Okay, nice. Unten liegt auch noch ein Fisch. Ja. Komm mit. Hier. Ja. Rein. Noch pushen. Komm. Einer knock. Down. Ich brauche hier. Vorsicht, die zielen auf uns. Schildblase. Ich habe keine zweite. Komm mit. Wir gehen wieder runter. Ich überlege, ob wir eine Etage gleich höher gehen. Hier hinten. Hier hinten. Überhund, überhund, überhund. Lass hoch, lass hoch, lass hoch. Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Oh mein Gott. Ich bin über dir. Kommst du weg? Ja, ja. Aber bei dir sind überall Leute, ne? Ja, ich weiß. Ich habe big Probleme. Kommst du wieder raus? Warte, komm mal zu mir, komm mal zu mir. No joke, das ist viel besser. Oh mein Gott, ich bin, ich bin, ja, ich bin dead. Versuche auf Placement zu gehen. Fuck, Mann. Oben waren so viele, war da niemand mehr. Egal, Fabio, du machst das. Lauf late unten an der Kante vielleicht entlang. Andere, andere Richtung. Nice, 16 Leute noch am Leben. Top 10 sind wir. Überlebe einfach. Da ist jemand vor dir gewesen. Geh dahin, wo er war. Der pusht dich. Nice. Nice, ey. Fuck, Platz 9. Trimax hat mich geholt. GTs. Ey, war big. Nein, war nicht big. Trimax hat mich geholt. Wie viele Kills hast du? Ich habe drei. Drei? Acht Kills haben wir. Standix, komm. 20 Punkte hatten wir davor Abstand, ungefähr. Drei Punkte. Drei Punkte nur noch. Let's fucking go, Alter. Strong. Let's fucking go. Baylor und wer ist, wie sind denn die auf den dritten gekommen? Let's fucking go. Wichtig. Schau dir die Punkte zu Platz 3 an. Das ist auch wichtig, weil dann haben wir eventuell sogar Top 3 Saves, ne? 30, ja. 34 Punkte. Aber wenn wir halt eine Runde reinscheißen, dann ist halt wieder alles vorbei. Ja, wir dürfen einfach nicht reinscheißen. Eine Runde könnten wir reinscheißen. Ne, nein, dürfen wir nicht. Dürfen wir aber nicht. Machen wir aber auch nicht. Genau, richtig. Hier ist einer. Hier landet jemand. Ja, kommst du auf die Burg? Ich komme oben drauf, ja. Okay, der dreht ab. Oder? Ja, der landet hier, der landet hier. Rechts sind halt viele Schüsse, ne? Ja, die fighten da an dem Feld, an dem Feld fighten die. Ja, vielleicht können wir den absaugen. Ja, lass es laufen, lass es erstmal laufen, würde ich sagen. Hier vor uns. Ja, ist mit dem Schwert hoch. Warte, ich. Hier unten, Juten. Hat sie Crack? Na? Down. Finish. Abhin. Weiter, weiter, weiter. Komm weiter. Da kommen welche. Wo? Snide, der hintere ist, lo. Der ist super low. Down, 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 lass pushen. Abhin. Down. Ah, da hat die mir gedrückt. Halt dich. Und wieder zurück im Busch, am besten. Soll ich mal gucken? Safe. Ja, lass gucken. Ja. Ja, geh wieder im Busch. Ah, scheiße. Aufsatzverjagd ist gut, ist gut. Ja, mein Snide verkackt, aber. Komm hier rechts hoch. Wir müssen da hin, wir müssen da hin. Ja. Noch ein. Der ist hier vor uns, vor uns. Red. Hier am Baum, unten hier, hier, hier. Ja. Da in den Zone. Hab noch mal, she crack, she crack. Hier, close, vor mir. Der ist wide. Der ist super low. Kriegst du ihn? Ab, ist down. Nice. Okay, lass hoch. Lass nach rechts, lass rechts, 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 rechts. Warte, warte, hier rechts war noch jemand. Die haben auf uns geschossen. Wir müssen aufpassen, ob oben noch einer ist. Hier im Haus, hier, hier sind rechts welche. Ich glaube, das ist Hanky und so. Warte, hier, hier. Warte, ich snipe da gleich einen. Jetzt. Warte, wenn der steht. Knock. Pass auf, die Aim auf uns. Pass auf, vor uns am Berg. Hier, 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 hier. Chill, chill, chill. Ich glaube, wir kriegen den Finish. Cracked. Kriegst du den Baum kaputt, äh, Stein kaputt. Ich habe einen Finish bekommen irgendwo. Ja, ja, den habe ich gefinished gerade. Nice. Hier rechts, beide auf dem Haus. Warte, chill, chill, schieß noch nicht, schieß noch nicht. Hit. Lass pushen, das ist Hanky, glaube ich. Warte, warte, ich mache die Wand auf. Oh mein Gott. Ich mache die Wand auf. Einer cracked. Die sind in irgendeinem hinteren Zimmer. Die laufen raus. Ich komme. Einer nochmal cracked. Hast du ihn? Die sind da drin, die sind da drin. Ich bin so low. Nein, der hat mich. Fuck. Nein. Ah, nein. Das war ein Scheiß-Call von mir. Das war ein Scheiß-Call. Ja, Scheiße. Das war ein Scheiß-Kack-Call. Egal, wie viele Kills hast du? Zwei. Ja, das war dumm. Die haben sich halt übel gehealt da drin. Wir hätten chillen müssen. Ich habe die Wand aufgesniped. Dann hätten wir nochmal die Wand aufgesniped. Ich hätte zurückgehen sollen, als die da. Die haben da so viele Splashies und Schildding alles. Das war scheiße. Boah, aber das Max dort hinten geblieben ist, das regt mich gerade selber ein bisschen auf. Wichtig. Let's go. Boah, aber haben die aufgeholt? Kaiser und Ravix? Ja, die waren davor 50 oder so. Ne, die waren auch 20 Punkte hinter uns. Zweiter, dritter Platz. Ich sage ehrlich, das ist allein schon krass, dass wir so knapp hinter denen waren mit null Wins. Wir waren davor 30 Punkte vorne. Echt? Platz 3, ja. 10 Punkte hin oder her. Da kommt noch jemand mit. Die haben einen besseren Drop, glaube ich. Die haben einen viel besseren, ja. Wohin, wohin, wohin? Lass sie hier links gehen. Wo? Zurück. Hier, geh auf dieses, auf blau. Ja, er hat zwei Leute da oben. Komm zu dir. Ich habe Biggie. Wollen wir die direkt pushen? Ja, ich habe schon gehittet ein bisschen. Aber nicht gut. Der hat einen Sniper. Lass sie mich pushen. Er hat mich gesnipet. Fuck my life. Kommst du irgendwo hinter den Baum? Warte, ich habe Schippblase. Ja, mach. Kann ich dich in der Zeit holen? Ich glaube schon. Wir pushen nicht, oder? Lass wegrennen. Ja, der läuft da. Ja, ja, wir müssen weg. Was ist die Burg? Ich habe noch eine Blase. Ich werfe die direkt. Ja. Ich habe ein Schiss, dass bei der Burg auch jemand gelandet ist, aber... Ist da jemand gelandet? Nee, ich glaube nicht. Ich laufe schon mal durch, ne? Ja. Ja, ich komme auch. Ja, aber du hast schon wieder so gecarried gerade. Holy shit. Das war Glück, dass die Finger hier waren. Dass er mich aufs Sniper kriegt. Das wäre aber auch ein Sniper kriegt. Ja, ja. Vor allem, das war ein Headshot. Ich hatte ja über 150 Leben. Du warst doch am Laufen, oder nicht? Ja, am Laufen, Springen, Rutschen. Alles. Nur, dass er mich nicht hittet. Hier ist ein Steps. Oh, oh. Oh nein. Komm hoch, komm hoch. Hab einen Knock. Nice. Hab ihn down. Chill, chill, chill. Komm zu mir, komm zu mir. Ich mache das hier. Ich mache Schildblase. Nein, ich habe zwei Begos. Ich glaube, das war Willi, Alter. Scheiße. Der Arme. Da kommt jemand. Rechts. Rechts hat jemand gesiplined. Ich habe noch nichts. Lass einfach durchziehen. Ich brauche Green Life. Ja, wohin dann? Darüber. Komm, darüber. Hier sind Steps. Vor uns. Mach langsam, mach langsam. Leg links. Lass rein. Rein, rein, rein. Cracked. Down. Down. Da drin. Hier, der ist white, der ist white. Down. Let's go. War das Fanky? Komm hier rein, komm hier rein. Batscha und so. Nein, Pukar war das Pukar. Komm hier, hier, Schild. Wenn ich jetzt wirklich gesnipen werde. Demo's. Ja. Hat 100. Einer auch 100. Tot. Einer auch 100. Junge, big, alter. Richtig big. Wir lassen legit voll chillen jetzt. Ja, ja. Ich hab's letzte Runde übertrieben, jetzt lassen wir Eier baumeln oder so. Oh, ich kann, glaub ich, jemanden Headshot snipen. Chill, chill, chill. Zeig dich nicht. Glaub ich, hab ich gezeigt. Ich guck hinter uns. Wir sind hinter uns voll offen, ne? Das bleibt geisteskrank. Hab einen Headshot-Snipe? Go. Boah, wir kommen da nicht so schnell hin, oder? Ah, der macht irgendwas da oben. Die sind hier drin. Cracked, 50, 100. Hab ihn. So, ich mach nichts, pass schon. Ne, ne, das bin ich, moin. Ich guck zu, ich guck nur zu. Ich spiel heute nicht. Ich spiel heute nicht. Okay. Boah, war das geisteskrank, was du da mit dem gemacht hast. Hopps, Junge. Ja, einfach nur Hopps, sag ich dazu. Du könnt, der eine hinterm Baum hält, Headshot snipen vielleicht. Oder schießen? Ja, save. Ja, warte, warte. Cracked, no? Nice. Der andere ist auch, no? Hinterm Baum. Pass auf, mit dem Sniper. Pass auf, ganz oben, pass auf, pass auf. Ja, pass, ich hab gefinisht. Alles gut, wir haben killed. Good job. Lass jetzt moving langsam. Saufgang macht er. Oh, ich seh ihn von hier. Er ist hier. Siehst du ihn? Ja. Das, äh, Zone. Das hier hinter dem Berg. Guck mal, wir können hier die ganze Zeit langmaufen. Das ist auch geil. Hier schießen. Ja, okay. Oh, vor uns, vor uns. Hier, hier, hier. Close, close. 50, 100. 150. 200. So low. Hinten, snipen, snipen. Close, noch einer links. Pusch, push, push. 30. Ja, kein, kein, kein Schwert. Good job. Das waren die, die unseren Spot hatten. Philo. Vor uns ist Action. Oh mein Gott, vielleicht ist es Hanky. Da oben snipen die noch. Vor uns. Hier, hier, hier. Oh, wir müssen rein. Lass links hochgehen. Rechts, äh, ja, 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 lass links hoch. Das ist ein Team, aber egal, müssen wir hin. Aber hier nicht, oder? Nicht close. Lass late, move einfach. Ja, lass hinten, lass hinten hoch. Komm mal hier hoch. Deine Luft? Ja. Ich habe irgendeinen genockt. Hast du hit, hast du hit? Ich snipe auf. Innen drin, unten drin. Cracked. Cracked, crack, crack. Down. Down. Wer war das? Camelo. Vorsicht. Da vorne, grün, grün. Hat ein bisschen Hits, 90. Zone, komm, wir müssen runter. Lass hier runter sliden. Ja. Ich nehme Slurpy jetzt auf safe. Oh, nee, mache ich nicht. Nee, nee. Lass rechts rum gehen. Sind wir hier in Zone, sind wir hier in Zone? Nee, nee. Komm mit. Ja, die sind hinter dem Stein hier. Oh, das Schwert weg, Schwert weg, Schwert weg. Ja. Schwert nach oben. Das sind auch welche. Nehmen uns. Hinteraufwand. Oh mein Gott, keine Chance. Fuck, Mann, Harmi schon wieder. Was hat der für einen Aim, der Junge? Egal. Ja, das da unten war Hank, die grünen. Ah, Mann. Ja, scheiß Sandwich. Hanky hat uns gekillt, ja. Egal, wir müssen jetzt noch eine Runde schön abliefern und dann zweiter Platz machen. Ja. Standings. Standings. Oh mein Gott. Wichtig. Oh mein Gott, 50 Punkte. Wir sind safe Zweiter, oder? Wenn wir nicht richtig reinscheißen. Oh mein Gott. Wir brauchen noch eine einigermaßen in Ordnung Runde. Big. Oba? 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 Wenn wir jetzt weiter bleiben, zu 100 Prozent, fände ich's scheiße, auf die jetzt zu landen. Und jetzt in den Stream zu gehen und zu gucken, wo die, das finde ich scheiße ist. Die waren einfach besser, weißt du, du hast hier gesehen, die haben drei Vents geholt. Also ich gönne denen das auch, dass die Erste sind. Wenn die jetzt halt natürlich die Runde reinscheißen von selber, dann ist ja was anderes, aber jetzt auf Kampf, auf die Landen und so, finde ich nicht geil. Aber ey, Fabo, du hast heute so fucking hart gecarried, Bro. Ohne Scheiße. Digga zu, du hast jedes Game 10 Kills, Alter. Ja, aber trotzdem. Du hast so hart gecarried. Runde 3 hast du mich zweimal rebooted. Dann letzte Runde krieg ich Headshots mit am Anfang. Du revivest einfach. Zwei landen hier unten. Wo landen die? Hier? Hier unten. Okay. Nee, unten, unten, unten. Ja, ja, ist gut. Bei dem Turm hier? Oh mein Gott, ich hab losgelassen, kurz. Einer ist bei dem Turm, der andere landet unten, bei dir, unten, der ist unten bei dir. Okay. Ich bin saulade. Der ist unten drin jetzt. Kommst du zu mir? Ja, da hinten landet auch nochmal jemand. Ich bin jetzt erst gelandet. Ich brauch so lange, was mach ich denn? Ich bin bei dir im Raum. Hau ab. Komm her. Dir Pistol, nimm Pistol. Ja. Lass das zielen. Der ist hier unten. Draußen, ne? Raus. Wollen wir pushen? Ja. Hits. Cracked. 90 weit. Sein Mate ist auch hier irgendwo. Ja, der rennt, der rennt, der rennt. Der haut ab, der haut ab. Die sind unten am Steg, safe. Ja, unten am Steg ist sein Mate. Cracked. Ab Headshot, down. Nice. Close. Mate links. Stein. Hat ne Pump. Reloaded, 70. Down. Let's go, baby. Wichtig, Mann. Boah. Aber warum landen immer so random auf einmal Leute bei uns? Ja, der hat gar keine Ahnung. Kein Plan, warum es die Renningsbahns landen immer. Hier unten, hier unten, hier unten. Ja, ja. Okay. 80. 50er Headshot? Der ist close bei dir. Der ist genau da unten. Du kannst dich vielleicht holen. Oh mein Gott. Ja, das ist jetzt. 30er. Der ist nice. Ja, die rennen weg, die rennen raus. 30er. Nochmal 30er. Die sind hinter dem Lastwagen da. Beide? Ich glaube schon. Ich habe nur einen gesehen. Ist down. Einer noch. Der andere ist hier hinter dem Ding. Ja, ja. Hinter mir sind Schüsse. Der ist hier im Wasser. Ja, ich sehe ihn. Nice, gut job. Hinter uns waren noch Schüsse, glaube ich. Auf der Brücke. Hier hinter der Wand. Hier hinter der Wand. Ja, ja. Chill. Ich laufe nach hinten. Lass ihn noch um. Maxi, aber ich bin mir nicht sicher. Sniped. Unten ist Cracked. Komm, wir pushen unten. Ah, die sind beide unten. Ich brauche halt noch ein bisschen. Warte. Ah, die sind beide unten. Einer ist low, aber hat sich vielleicht gehealt. Setz dich durch. Ja. Cracked. Der andere, aber nicht der andere ist hier. Lass den anderen unten alleine. Ja, ja. Der ist oben. Oben, oben. Nice. Nicht gut, gut. Ferle, Ferle. Goldes Sniper. Ist das geisteskrank. Lass hoch. Ja, ich komme nicht hoch. Das ist das Problem. Oh mein Gott, stimmt. Hab ihn. Let's go. Der hat ein Messer. Let's go. Jungs, ich will nur Party im Chat sehen. Ich will nur Party im Chat sehen bei uns. Bei Farbe und bei mir. Nur Party, okay? Oben auf dem Berg hier auch. Der ist low, der ist wide. Das ist ein Huhn. Perfekte Scheiße. Hinter uns raus. Der kann einen Huhn schießen. Mann, ich habe nur den Kopf gesehen von dem Gockel. Zip rein. Ist er da drin? Der zieht durch. Ich weiß nicht, wohin. Hier, links. Oben aufs Dach. Wieder cracked. Wie, oben aufs Dach? Da bin ich. Mann, hier unten? Unten. Let's go. Danny. Grüße. Ja, da drüben. Ja. Boah, die sind grüne. Das könnte Hanky sein. Schieß auf die grünen. Boah, der ist so low, white. Ein ist. Ja, der ist noch. Einer noch, einer noch. Ich schieße das Haus auf. Ja. Ich gehe nicht. Im Haus, im Haus. Habt ihr? Crack, crack. Ja, geht drauf, komm. Scheiß drauf. Ja. Wir gehen da rein. 50er. Der rutscht hier runter. 25, Crack. Let's go. Bucher. Wieder Bucher. Kannst du rein? Kann nicht. Kannst du, der kommt nicht rein. Das Ding ist sauber. Putschen dich mit Schwerst. Wieder fix. Viermal der. Viermal. Viermal, Digga. Viermal holt er uns. Oh, viermal. Komm, lass auf den Baum. Komm. Gehen. Let's go. Da kommt noch einer. Einer landet auf dem Baum. Zwei sind hier. 50. Cracked. Baum geht kaputt. Ich hab Luftgekuss. Wo bist du? Ich bin oben noch. Hier in dem Haus ist jemand drin. Komm hoch, komm hoch. Noch einer auf dem Baum. Da drüben. Cracked. Ja, ja, ja. Knock. Jeff Hardy. Willi, glaube ich. Grüße gehen raus. Hangie, 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 nice. Hast du ihn gefühlt? Mach den Steiger, mach den Steiger. Bitte. Geht nicht. Wie geht nicht. Geht nicht, bro. Dann lass mal pushen oder nicht. Ja, nee, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Ich bin cracked. Hier mich. Der liegt da. Die pushen dich. Hab ich finished, wo? Nein, die macht keiner was. Auf dem Baum. Doch, push mich, push mich. Down, push. Hab ich noch. Hier auf dem Baum, hier auf dem Baum, hier auf dem Baum. Auf dem Baum, wo du landest. Oh, schade. Oh, nein. Platz 14. Egal, Alter, scheißegal. Egal, wir haben Hanky geholt. Let's go. Die waren Freunde im Haus unter uns. Fünf Kills hab ich. Oh, schade. Boah, Alter, haben wir ratiert die Runde. Digger, wir haben komplett ratiert. Ich hab auch, ich hab fünf Kills. Auch fünf Kills? Wir haben zehn Kills, Platz 14. Standings. Ich hab dich ja gehört, aber du hast richtig standen. Ach so. Erster, zweiter Platz ist klar, sagen sie. Ziemlich klar. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Junge, komm. Let's fucking go, Jungs. Zweiter Platz, Junge. Ich seh nix, weil hier Fortnite... Hast du noch Hanky aufgeholt? Na ja, 20 Punkte, hätten noch gefehlt. Keine Chance. Ja, Hanky war zu krass, ehrlich. Ja, ja, ja. Boah, ey, wir sind Zweiter. Junge. Glück. Ja, ja. Topulas. Ja, ja. Ja, ja. Untertitelung des ZDF, 2020